hallo meine durchsümpfe durchrasenden planken leger und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschig flauschigunchen hier bei snow runner wir sind ja immer noch dran an der alten ausrüstung wir müssen ja immer noch mal die bohr ausrüstung machen das ist auch heute unsere hauptaufgabe dass wir uns heute dem widmen und einfach die bohr ausrüstung besorgt und ich würde auch sagen wir holen uns einfach die bohr ausrüstung von hier ist fahrtechnisch der genau müsste fahrtechnisch der kürzeste weg sei dass wir sozusagen von hier aus gesehen genau jetzt geht es hier lang die bohr ausrüstung besorgen damit mir dann die nächste christ verscheiden was ich mir überlege was passieren könnte ist natürlich reicht es nicht dadurch dass wir jetzt die vier achsen haben vorne merkt man aber auch dass wir ein wesentlich größeren radios haben für die kurve und genau ich weiß nicht ob ich noch brauche ich habe jetzt die planken mitgenommen wenn ich überlege ist vielleicht die planken noch woanders hinzupacken weil ich glaube ich nicht gesehen sind die planken sind so einsetzbar wenn jetzt alles soweit repariert dass wir noch gucken könnten wäre wäre die möglichkeit dass wir sagen drüben noch mal auf der anderen karte wo wir schon waren im island war mit allen könnte man mal gucken wir da die brauchen und ansonsten ja meine gut dann gucken wir sie erst mal irgendwo hin sind und können wir sie holen haben wir hier auch noch den den laden dafür da und ich gehe jetzt ja nicht die ganze zeit mal hier umschleppen glaube wir haben später noch mal eine quest da oben mit den anderen sachen aber dann mal gucken ich kann jetzt nicht komplett herum ja aber das klappt das klappt das toll da oben mit der antenne haben wir ja noch eine quest könnten wir vielleicht noch dann tätigen und dann könnten wir nämlich sagen wir packen die alte bohrausrüstung einmal ein stück nach hinten und tätigen wir das so und dann passt das nachtrag mache ich jetzt gerade nicht aber ich glaube jetzt kommt mir das nicht so gut dass ich den anhänger hier so hingestellt habe ich bin jetzt ein wenig im weg stehen wenn wir gleich sehen und mit dem herum kommen oder haben wir so kommen dagegen aber gut hier sind so schlimm ist jetzt nicht so schlimm muss ich sagen ich merke wenn ich den dinge durchlaufen lassen auf 60 fbs dann muss mein ubs schon ein bisschen herum weil ich jetzt nicht schlimm weil die aufnahme müsste trotzdem in der regel funktionieren und daher mache ich mir da jetzt gar nicht so die solchen im app ist mir jetzt eigentlich besser ich bin mir so ein bisschen informiert wenn ich das aufnahmeprogramm extra auf einen anderen rechner laufen lassen und dann das spiel auch auf dem extra rechner und wäre das worden der dynamik her besser aber ich werde ich für zwei rechner also das gibt der ein richtigen rechner oder schon ein richtiger rechner auch schon gut sein oder du machst es halt über zwei graf ist auch immer ganz gut nur wer ist auf die eine graf und das spiel auf die andere gar laufen lässt soweit ich weiß aber ich bin mir nicht 100 pro sicher ja ich bin jetzt auch kein fachmann oder sowas könnte jetzt auch eine falsche aussage sein also sollten wir da dem nicht so viel beim essen so nun wird sie die alte aussage mal die eine ich glaube ich muss wirklich alle ich kann nur die ausrüstung ich kann immer von dem dort holen okay ist also egal woher ich die ruhe ich kann danach hier noch mal eine ausrüstung holen ist schon wichtig immer nachzugucken so gar nicht wo der jetzt herauskommt ich könnte mich auch draufladen kostet mich 150 okay hier kann ich jetzt also nichts mehr draufladen schild für dich der kürzeste weg ist nur einmal die sling der kürzeste weg war also nur einmal der kürzeste weg ist es ist mir auch denken können dass das ist so das ist nicht ganz so geklappt wie ich es wollte müsste aber passen so wir machen jetzt mal stützen ausfahren ich bin gespannt ob wir beide aufhören oder ob ich eine schräglage habe nee okay klappt alles aber eigentlich ist gar nicht so schlecht dass man das so macht kann ich die noch eigentlich dort besser liegen eigentlich eigentlich ist relativ nur mal dann okay gut bei den großen dingen macht er jetzt nicht so das ding gewesen mit der winder also da ist es schon ein bisschen also ein bisschen auf dem unrealismus gelassen was hält sich unbedingt schlecht für mich ist das ding jetzt hier so richtig hinein zu manövrieren und fertig zu machen ist immer so eine sache so okay dann fahren wir jetzt zurück bringen das teil dann mal gleich dahin und dann müssen wir noch einmal abholen die wir es dann erledigt haben und dann zum nächsten übergehen er hat jetzt ein bisschen geschwankt da hinten weil dann doch ein bisschen tiefer gegangen ist als geht da waren wir das berühmte regnerische gegen kunden und uns darüber freuen dass es gerade schön nass und kauf ist machen wir uns jetzt ganz gemütlich des weges jenes wieder zurückzubringen weil wir wollen jetzt so ein bisschen wir müssen natürlich ist gut muss man ein bisschen mehr geld anziehen für den anderen acht der ja dann auch in das insel in der wettbewerb geben soll sozusagen und soll er dann auch später in den wettbewerb gehen von mir gesagt weil er besser dann ist und sonst aber erst mal noch ja das ganze ding ist weil das weiß ich nicht müsste man mal sie sagen ich habe jetzt das ding auf die 60 fps hochgestellt jetzt hat er so ein paar kleine probleme mit dem ubs dann muss ich mal gucken wenn ich muss demnächst mit einer uhr da stehen und schauen dass ich mir dann die aufnahmelänge halt der uhr anklicken weil die uhrzeit jetzt haben wir meinen nicht mehr richtig gegeben ist ist leider so aber gut also müssen wir sind auch auch gefühl heute weil wenn der fischer praktik dann 120 minuten folge weil ich aber nicht gecheckt habe wie lange das schon gelaufen ist weil wir wollen heute erst mal die alte ausrüstung erledigen hat finde ich jetzt vorrang weil dann kümmern sie mich danach schon für die nächste quest bereit machen er erschien bei dem mal ein bisschen ich habe den wirklich jetzt ich habe den ja so hingestellt wo ich das noch nicht so berechnet hat das ist mit so einem großen wie die bilder langfahre also gerissen kalbstoff läuft aus aber eigentlich 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 könnte man mal schnell nach die 500 liter lassen hinten erst mal drin wenn wir sie nicht anrufen brauchen ist immer das beste machen wir dann erst wenn wir es dann auch wirklich benötigen euer finde ich das ist das ist das die mir sagen wir mal so ne einzige was natürlich jetzt nachher ist dass du immer wie wie man ja sieht der groß alles umschiffen muss weil du natürlich eine beachtliche länge hast du dann selber so einen kurzen drüber fahrer hast sondern das ist schon so ein bisschen dauert ja das merkt man schon ein bisschen wo ansonsten gibt es eigentlich das nächste ding erledigen und dann haben wir das ja ich hätte umschick heute ist es gemütlich ist die aufnahme sozusagen von gestern noch aber ich bin nachher dann noch mal also ich war es dann schon aber ich bin ja danach was man noch mal für arbeit und das war jetzt noch vor der arbeit dann wenn ich spät ins rüber am abend das aufnehmen und ich nicht weiß ich immer fuß aufstehe und dann mache ich das drüber gleich und dann passt das schon die alte ausrüstung würde ich gerne heute auf jeden fall erledigen und vielleicht auch schon die alte ausrüstung mitnehmen die machen wir wahrscheinlich neu und die dann nach oben bringen dass wir die aufträge hier sozusagen durch haben dann müssten wir mal uns gucken dass wir einmal die aufträge erledigen für 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 wie heißt denn das für die den für den sägewerk dinge da das ganze holz hinschleppen müssen wir dann auch mal nochmal machen so warte mal jetzt mal gucken wobei nie warte mal ich fahre jetzt anders so frage ich jetzt ich könnte jetzt hier oben den weg lang fahren was eigentlich sind nach bei der müsste auch noch sein über den auch mal aufstecken genau haben wir den weg einfach noch mal durch durch den sumpf lieber durch als jetzt das ganze drum herum außen geschwurr weil ich weil ich ich habe gerade durchfahren kann dann ziehen wir uns halt dann perp du ich dann passt das schon ich habe schon mal ich habe schon mal auf dem schnell erledigen schnell ihr wisst wie es meine schnell ihr wisst wie es meine siehst du genau jetzt können wir nämlich hier einfach uns dann wieder da durchbübbeln machen wir wieder ein schiffchen draus aber diesmal ziehe ich mir gleich sozusagen die entferntesten dann ran weil es mehr sinn macht aber jetzt nicht nur mit diesem automatik sondern ich lasse mich wirklich von den weit entferntesten einfach ziehen so weit es geht dafür habe ich ja nochmal die dinge hat ein gewicht gemacht dass er den baum schon wieder aufgerichtet hat wir errichten die bäume neu so wo kann er jetzt hin da kann er jetzt hin Baum aufgerichtet Baum wieder runtergebracht da rutscht mal weg Minion es dauert immer eine weile bis er über sie drüber ist er ist trotzdem schneller als jetzt da hinten rum und da rum und da rum aufgerichtet hier sein komme ich noch nicht ran hier los warte mal ich müsste jetzt aber schon wieder in der richtung sein ich den dacht sehr schön so lässt sich einfach mal durchs wasser durchziehen lassen und dann klappt das alles schlammige spielpartie gute verwendung auffahren kommen wir auch ich war mal eine interessante erfahrung gerade jetzt sogar zweimal jetzt hat es hier wie wir da gerade ganz arg letzt ist ja den tag-nacht-wechsel da hat er irgendwie ganz schon oft bekämpfen weiß dass ich das machen muss sagen ich hatte weniger probleme hat sich den auf den 30 fps festgesetzt aber man merkt dann auch gar nicht weil er hier hat er ganz schöne spikes das hat teilweise doch schon sehr arg in den ich doch jetzt rollen ist jetzt ich immer noch zu kurz alles hallo es bleibt nämlich nach 39 fps runter und weil er halt dauerhaft das hatte ich schon mal bei einem spiel in der dauerhaft zwei das ist dann auch immer sehr schlecht jetzt reicht erstmal jetzt mache ich erstmal wieder runter ich habe hier nämlich wieder die 60 fps drinnen und ne aus nicht machen wir mal wieder die 30 der 30 war einmal sehr annehmen ich bin ja nur ein bisschen herausziehen das soll dann gut so nach der drüben kommt dann passt das eigentlich in der regel so jetzt kann ich mich mit dem nämlich nach dort immer noch nicht nie richten die ich mich jetzt echt guck mal ich bin doch den dahinten na geht doch um wieder gelöst blöder ergriff doch eine probleme jetzt bei dem unterfahren aber na gut wucke die zucker hier hoch das haben wir sind die kühle hatten der lös war zu viel erst an und ja ist man ich mein woran da lehner drei sind ja so ein bisschen zu viel interessiert also ich weiß nicht durchführende sache mal gucken was da also ist warum das wieder so ein bisschen kribbelt aber ja das ist doch auch was wir fahren die die meiste zeit wird ganz vorbei ich habe das problem ich habe das ding dahinter ist nicht meine fracht entfernen ach so es geht nur wenn ich es ab jetzt war da manchmal anhänger lösen jetzt kann ich doch fragt entfernen warum könnte ich nicht die frage jetzt gerade mal so ein bisschen überlegen weil dann machen wir fahren gleich weiter gefangen gleich weiter machen wir gleich ganz ganz ohne probleme überlegt gerade ich weiß nicht ob jetzt hier irgendwo noch irgendwas mit holz haben können wir das holz ja auch wiederholen wo hier ist dann auch noch ein anhänger den wir noch besorgen müssen glaube ich glaube jetzt so haben wir sonst nichts weiter bei dem repariert holzplanken könnte irgendwo sein wenn wir holzplanken haben aber die können wir aus der sägemühle holen sägemühle hat holzplanken da würde ich nämlich eher sagen durch mich eher sagen dass ich jetzt das so mache dass ich die hinten rausschmeißen weil ich fahr die dinger die ganze zeit spazieren und die bringen mir aber jetzt gerade gar nichts die bringen mir echt gar nichts so ein paketler sind das nächste mal ran wo ich sie so schön danach geräumt habe er zieht den hoch die zweites paket wow volle kann er draufgepackt und wieder herstellen und weitergeht gut dass ich mich ähm mit anderen so festgesetzt haben war schon der vorteilhaft dann wollen wir jetzt mal der zu ding also das bringt mich ist die ganze zeit diese blöden klanken auf dem fahrer und dann habe ich da nichts drin also wo jetzt die ausrüstung hatten die maria und dann schauen wir weiter wo ich jetzt eigentlich doch am anfang das baul da stehen lassen ja war sich lalala lalaelles her Smits Nulles mit und bringen ihn weg. Einfach nur schön angenehm und entspannt. Leider kam ich jetzt zu den Demo-Test nicht, den ich machen wollte. Jetzt habe ich leider nicht geschafft. Ist zwar ärgerlich, aber na gut, passiert eben. Bei der einen Demo hat sich das da so ein bisschen, denn naja, ich bin zu erheben, wie ich es wollte. Und bei der anderen Demo habe ich aber noch nicht so von der Zeit her dazu, weil ich wollte das mit die Aufnahmen machen, die ich brauche, damit alles fertig ist. Und die anderen Aufnahmen wollte ich ja danach einfach gucken. Vielleicht bleibt man am Abend noch mal Zeit. Also, glaube ich, gestern Abend muss ich mich da noch mal hinsetzen. Eine Demo-Aufnahme machen wir nicht. Dann geht es erst wieder ab Wochenende, dass ich da noch mal das sage. Komm, jetzt mache ich hier einfach mal die Demo-Aufnahme. So, ich glaube, der Umwand und Bad, weil ich das genommen habe, ohne die Quest. So. siehst du siehst diese fertig war eine frage habe ich jetzt stelle ich mich jetzt am besten dahin hier ist ja schon ein bisschen und eben ist hier länder ich bin jetzt mal gespannt ob das jetzt hier machen wir die stücke ausfahren und gucken ob das so passt okay vorteil ist wie lange auf der anhöhe ein aber regulär kannst du ja so ein bisschen ausgleichen so 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 ist richtung buch hat welche die falsche tasse drücke die ganze ab immer die ganze zeit die falsche taste so so lang kann wieder herstellen und let it go würde ich sagen wir fahren hier über darüber 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 so zumindest die quest hier sozusagen ready machen wer glaube ich am sinnvollsten dass wir die alte ausrüstung weg haben weg mit der alten und wir dann und die andere ausbrüllen und rüberfahren das erledigen würde ich wirklich diese questlein als nächstes erst mal als focus das wird die fertig machen wenn die dann nämlich weg ist und diese auch erledigt ist dass wir uns dann darauf konzentrieren die ganzen nebenquests zu machen und dann wenn wir das alles haben dann jemand nach alaska wirklich michigan einmal komplett abschließen mit euch und dann können wir auch immer noch alaska machen und dann muss ich mal gucken wie gesagt wir gucken wie weit wir das jetzt mal die michigan ist auf jeden fall für mich hauptsächlich also da gibt es nichts dran worteln das riecht wenn sie bis zum ende spielen ich habe es jetzt noch nie geschafft dass ich ein spiel wo ich sage ja so und so und dann habe ich das einfach mal sinnvoller ist weil es ja noch mal interessanter wird von der dynamik ja du hast ja dann noch alaska dann halt mit dem schnee und eis und wie mir ist glaube ich so komplette mischung aus allem heißt gefühlt dann auch mal dieses high end ding wo dann alles kombinieren muss was du in den anderen beiden mitgenommen hast kds und co da werde ich nicht rein gehen da bin ich ganz ehrlich das ist mir dann doch alles der umfang ein wenig too muchly aber alles weitere kann man eigentlich machen alles weitere kann man eigentlich machen das kann man jetzt wir sind gerade hier die nicht ziehen wir uns und die lager ist die ausrüstung zum lager die lagerrüstung lagerrüstung ich weiß nicht mehr wie lange wie weit das video ist ich muss noch mal gucken gleich dann werden das video fertig ist weil jetzt habe ich eine andere zeit lang aber jetzt regulär sagt er mir ich bin gerade bei 26 minuten minus 1,5 minuten immer richtig also 30 bis 60 sekunden davon rechnen also bin ich bei 25,30 minuten ungefähr gewesen aber ich glaube ich hatte in dem moment ein breitgeränder dass die anzeige nicht muss mir die zieht ja nicht nach also sprich wie man es kennt dass die uhr zurückspringt also weiterspringt dann wo der original zeige ist sondern dass der dann halt jetzt so da steht wie er da steht das ist unser holz würde man dann schon gut dann auf das holz nehmen was wir nochmal brauchen steht ja jetzt hier sozusagen also deswegen ich glaube ich kann es jetzt weg löschen wenn ich da liegen lassen habe da könnte ich das jetzt wahrscheinlich weglöschen wo jetzt nochmal alle durch den sümpfle einmal nochmal hin weg bringen und dann haben wir es erledigt dann machen wir auch feierabend für heute das passt dann eigentlich dann haben wir sozusagen die alte ausrüstung noch besorgt für die nächste runde dann nach drüben planen dass wir rüberfahren und dann geht das schon gar nicht schon ich bin mir hier mal gespannt ob ich hier irgendwo oh 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 wobei ich die ganzen dinge hier weggezogen habe schon muss ich jetzt so rüber so jetzt ziehen wir uns aber von hier nach dort jetzt ich bin mit so ein schiffchen durch durch mehrere sehr interessant schon drüber gefahren sie noch das heute ist aber ich würde mal gehen wo ich dann ja dann auch die seite habe das kann ja auch fest wenn mich damit noch nicht so ganz so aus wie ich ganz ehrlich ganz ehrlich ein soweit bist er dann abklamüselt und dann gucken wir wieder wo haben wir jetzt das nächste das sind wir dich erst mal bis dahin dann wird man noch mal ein stück näher hat irgendwie kommen dass ich da so rauf ja 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 und dann darüber und dann dann haben wir das nicht ganz steig daueradius oder man weiß was geht dann um wechseln kannst was wir eigentlich gar nicht so verkehrt daueradius ist eigentlich schon gar nicht so schlecht wenn einmal so diesen weg so abfährt ist es schon so dass du dann wirklich zu faul bist und sagst euch falls außen rum warum sollte ich weil wir mitten durch es bringt dann eigentlich schon eine ganze menge um soll ich außen drum fahrt mittendurch ist doch wesentlich angenehmer und schneller wenn wir hier einmal hin und wenn man dort dann haben wir das auch schon anbietet das bleibt nicht die zeit müssen wir jetzt haben wir müssen schon sein das reicht dann auch also eine alte ausruftung erledigt wir haben das abgebaut die dinger der ist dann nicht mehr existent ist auf der eine aber das ist halt da tun oder vielleicht hatte der mehr weiß man nicht wir könnten jetzt aber die ware abliefern und konnten uns jetzt die nächste quest sozusagen dann anhalten war 14 meine damen und herren jetzt können wir nicht weiter jetzt geht es hier rüber jetzt haben wir nämlich hafen lieferung genau wir müssen jetzt ein moment island die bohr ausrüstung bringen die hier oder auch von dort die ist ja egal dann formen zum hafen hier ist jetzt erstmal noch nichts weiter also ist jetzt wirklich die hafen lieferung annehmen so und dann müssen wir hier sozusagen da das ding nehmen machen wir dann auch aber nicht heute nicht heute wir gehen jetzt einmal ganz kurz was gucken ich würde nämlich gerne einmal mit euch noch nach der röm an der damen wir gehen hier rüber wir müssen jetzt nach tamir land unter in die werkstatt in der russischen föderation und jetzt gehen wir hier rein genau das hat er mir gesagt okay guck mal der ist aber günstiger als der den nehmen wir haben auch gemacht jetzt selber dingen der dann sozusagen er haben wir sollen nur in russland rum ja aber auch auf road ne kippen auf off-road setzen wiederum standard reifen sollte man ja der hat nur die drei mussten aus die müsste man dann nehmen hat ja auch noch ein jahr da durchschnittlich ist man nicht und was sind die besten das sind die beste ich dann die hier aber eigentlich mit ihnen weg das so ausgiftet na egal dann kannst du hier die lange winde nehmen das ist ja egal hängt er jeder um hängt er jeder um und dann hast du hier ist okay wie gesagt dann hast du ja auch noch mal die sattelkupplung niedrig die man dann aufbauen kann dann packst du dir hier noch ein kram mit dran und dann hast du den und der soll ja wesentlich schneller dann hat er braucht man 200 tankvolumen hat also klein also glaube könnte der wirklich schneller den ist der nächste den wir dann holen der kostet uns jetzt was 82.000 werden wir dann machen glaube ich wenn wir noch mal vier und vier und es wird nur übel werden es wird nur übel werden aber der mama schon aber für heute war es erst mal ich bedanke mich wirst du schon und ich hoffe es hat euch gefallen falls es euch gefallen hat wieder gerne einen daumen nach oben da lassen kommen immer was weines und über ein abo folgt mich auch immer sehr sollten wir uns hier in der nächsten folge wieder dann werden wir den links aufnehmen dann werden wir uns um die hafen lieferung kümmern dass wir die bohrausrüstung aufnehmen dann fahren wir nach drummond island bringen in drummond island die bohrausrüstung hin dass er die nächste stufe ist dann so das nächste ziel genau und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen tag abend oder morgen durch die vorangehört habt und alles sei denn wirklich gut und bis dahin tschüss